Höhepunkt der Saison. Der Opernball findet von nun an in der Wiener Volksoper statt. Und ich wollte sowieso schon immer mal auf den Opernball. Aber sagt das nicht, der Chefin. Prost! Spannend. Ohne Verwechslung. Kein dritter Akt undenkbar. Fast werde ich damit durchkommen. Ja, hast gelobt. Wenn Treue Spaß macht, ist es Liebe. Also Treue habe ich in dem Haus noch nicht erlebt. Na? Ein flotter Ehestand soll es sein. Also die Ehe ist ja nix für mich. Aber ich befürchte, der Henry hat schon einen Ring gekauft. Leben und Leben lassen. Viel besser als E-Mails. Unbekannte Schönheit lädt zum Opernball. Fluch der Digitalität. Wien. Eh klar. Überall ist es schön in der Welt. Doch am schönsten ist es zuhause. Prost! Doeumi. Wie tut mir da.